Minecraft Emerald Dagoon Wie ihr seht, bin ich im wilden Westen und hinter mir ist eine Lore. Mit dieser Lore gehe ich da vorne hin und bekomme 10.000. Wie ihr auch oben rechts seht, habe ich 123.000 Emeralds, also im Prinzip 123.000 Geld. Und es könnte sein, dass es diese Folge, die letzte Folge sogar noch ist, weil ich brauche 100.000 um diesen Platz, den ich da habe, diesen Stegplatz, zu bezahlen. Und ja, ich wollte euch auch zeigen, was das hier ist mit diesen Loren. Ich habe euch das ja gezeigt, was in der Wüste da ist. In der Wüste ist es halt so, dass man diese Insekten platt drücken soll oder drauf springen soll. Im Dschungel muss man den Uran-Utan füttern. Und hier muss man Loren an der Stelle hinziehen, weil die Banditen einem diese Loren geklaut haben. Und mein Gott, ich hatte die ganze Zeit hier AFK rum, ehrlich gesagt. Und das ist halt, das ist mir vorhin, deswegen habe ich die Aufnahme angefangen, weil ich das Geld hatte. Ich habe diese Trophäe vergessen. Ich habe diese einzelnen Trophäe vergessen, einzusammeln. Ich habe die Trophäe nicht im Kopf gehabt, dass sie existieren. Ich habe die Existenz der Trophäen gar nicht im Kopf gehabt. Ich habe 50.000 rausbekommen. Jetzt kann ich das bauen. Waterport. Warum habe ich jetzt große Tropfen? Was? Großes Tropfblatt. Okay. Was ist das? Schokolade, glaube ich. Aha. Ach so, die Dinger vergesse ich jedes Mal. Man kann da Kartennamen reinziehen. Das ist geil. Ach. Ähm. Achtung, sobald du das Wasserflugzeug besteigst, ist das Spiel vorbei. Oh. Das hier ist der Dürkermeister. dieser schöne Siedlung. Und das ist eigentlich eine relativ kurze Folge sogar. Zwei Minuten. Das hat nicht mal einen richtigen Namen. Wir steigen hier ein. Macht es gut. Spiel abgeschlossen. Glückwunsch. Stand da. Macht es gut. Du hast großes vor dir und wirst spannende Abenteuer erleben. Schau doch mal auf der Wohninsel vorbei. Der Bürgermeister dort. Geehrt immer. Ich bin schwierig, was dort. Geehrt immer. Das verstehe ich nicht. Hm. Und ich denke mal, wenn ich hier draufklicke, fange ich schon neu an. Ja. Das war's. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Scheiße. Ähm. Das war's mit der Folge. Ähm. Mit der Folge. Das war das Ende. Ich hab vergessen, ein Thumbnail rauszumachen. Scheiße laufen für mich. Ähm. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Takun, falls ich einen machen würde. Oder einen finden würde, der kostenlos ist. Nochmal. Oder noch einmal zu welchen Maps. Wie es gibt's. Wo man Aufgaben machen muss und so weiter. Davon hab ich ganz viele noch. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschau.